Ich möchte dir heute erklären, warum Propolis so eine einzigartige Wirkung auf unseren menschlichen Körper hat und wie wir dieses natürliche Antibiotikum überall einsetzen können. Propolis, auch das Kitharz der Bienen genannt, wird von den Bienen selbst hergestellt und soll zum Beispiel deren Bau und deren Larven schützen. Dabei besteht Propolis aus 150 bis 200 verschiedenen Stoffen, darunter natürlich Harz, Bienenwachs, aber auch ätherische Öle, Mineralstoffe, Spurenelemente, Enzyme, Aminosäuren und vieles mehr. Eine Allzweckwaffe also. Dabei haben die Wirkung von Propolis eine lange, lange Tradition und sind in vielen Volksheilkunden bekannt. Heute wissen wir, dass Propolis in der Lage ist, die Zellteilung von Bakterien zu hemmen und dementsprechend eine antibakterielle Wirkung hat. Außerdem wirkt es gegen die meisten Viren, zum Beispiel Erteltungsviren, Herpesviren und aber auch gegen Hefepilze. Propolis kann dir außerdem bei verschiedensten Beschwerdebildern helfen, wie zum Beispiel bei Magen-Darm-Beschwerden, bei Wunden oder Verbrennungen, bei Pilzerkrankungen auf der Haut, bei verschiedensten Hauterkrankungen, wie Akne, Dermatitis, Schuppenflechte und auch Ekzemen, selbst bei Hämorrhoiden oder Zahnfleischentzündungen, auch bei Atemwegserkrankungen ist Propolis hilfreich. Schau doch einfach mal bei B&U rein, welches Produkt für dich passen könnte und überzeuge dich selbst von der Kraft der Natur. B&U bietet hierbei verschiedene Cremes an die Propolis enthalten, Propolis-Tinkturen, Propolis-Extrakte, selbst Propolis-Halsspray oder auch Propolis-Dragés.